Hi, Willkommen in Ihrer Kachdiahle! Hallo, ich würde Ihnen einen kaufen, bevor Sie fragen. Ja, hier haben Sie meine Impfung. Alles vorhanden und gerade ganz ruhig, die Guster-Master-Blaster-Kündetik-Impfung noch dazu. Ja, geil! Ja, super! Na, denn mal rin spaziert! Danke. Oh! Gesundheit! Ah, hallo, ich habe da mal eine Frage. Ich müsste mir ganz dringend schnell eine neue Hose kaufen. Ich bin auch negativ getestet. Ich komme da vom Testzentrum. Wäre es möglich, dass ich mal rein könnte? Sag mal, sind wir denn schon geimpft? Nee, ich bin auch nicht geimpft. Bist nicht geimpft? Was ist ein bisschen scheiße von dir, wa? 2G, schon vergessen, das geht so nicht. Komm, fisch mal ab, bevor du mich ansteckst. Ehrlich. Danke. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt. Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt. Gerechtigkeit und Frieden Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit und Frieden. 3G W首先 reingest in den nächsten tlust,